So, jetzt ist es aber hier mal rum, oder? Please. Nummer drei. So. So, what is that? Es gibt auf jeden Fall vier Schlösser. Ah, okay. Das finde ich jetzt aber nicht so geil, wenn ihr da oben seid. Ihr wartet schon auf mich, ne? Ich kenne doch hier Parasiten. Oh, komm. Das war ganz gut. Jetzt gucke ich erstmal, was hier drüben ist. Okay. Machen wir erstmal einen Quick Save, weil dann muss ich das nicht alles nochmal neu machen. Natürlich, schön auf das Lachs drauf. Das war ja schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir nur noch das eine hier. Und das geht dann wahrscheinlich auch, wenn wir... So, wunderschön. Das finde ich auf jeden Fall sehr spaßig, so Level. Also, wo man rennen muss und dann schnell reagieren und sowas. Das finde ich halt super. Deswegen mag ich auch die Nester immer so gerne. Wo halt alles genau passen muss irgendwie. Und das war es auch leider schon. Schade. Na gut. Möp. Dann machen wir jetzt das hier oben. Und dann das rechts. Und dann kommen wir wahrscheinlich schon zum Nest. Ich denke. Uh. Hier gibt es ein Geheimnis, das weiß ich. Und das mag ich nicht. Irgendwer trampelt hier in der Wohnung rum. Also über uns. Oder ist das draußen ein Auto? Das kann auch sein. Nein. Das ist über uns, die Wohnung. Ach, das ist nur zum Gucken, oder was? Na gut. Ah, ich. Ah, okay. Ich dachte, es wäre schon. Ich dachte, ich käme nicht mehr zurück. So. Da ist ein Geheimnis. Und da sieht man auch schon Fläschchen. Und man sieht auch, wo es da am Runterbröckeln ist. Ja, die Frage ist jetzt, was ist das Geheimnis? Aber ich schätze mal, das Geheimnis wird der Vogelkreis sein. Ist das das, wo die runterfallen? Oder habe ich das schon gemacht? Ich meine, das habe ich schon. Was ist das denn? Das müsste Strom sein, ne? Nee. Boah, ist das scheiße. Ich kenne das Geheimnis, glaube ich, gar nicht. Okay, ich muss hier lang. Okay. Ach so. Nein. Ich habe gedacht, ich bin so blöd. Ich habe gedacht, der Fußtritt wäre der Strom, aber das stimmt ja gar nicht. Und der Strom ist auch sehr, sehr kurz. Das ist scheiße. Okay. Okay. Auch. Okay. 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 Ich glaube, ich habe alle. Super, ich liebe die. Ich glaube, das sind jetzt die ersten, die mit der extrem tiefen Stimme. Wir haben drei Stück und wir haben drei. Wunderbar. Jo, okay. Ich glaube, der Weg hier unten ist tatsächlich auch nur für den Geheimgang da. Ne, da ist noch eine... Okay, ich habe mich vertan. Da ist noch eine Falle. Habe ich Quicksave gemacht? Oder muss ich das Geheimnis jetzt nochmal machen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ist alles leer. Gut. Die Frage ist, was passiert, wenn wir eigentlich in den Brunnen reinspringen? Ach, schade. Ich dachte, das wäre vielleicht... Kommen wir direkt nach oben oder so. Mal erst mal ein Quicksave. Weil dann weiß ich nämlich... So. Beeilung, weil die kommen jetzt nämlich, glaube ich, nach oben. So. Oh, da ist ja noch einer. Oh. Ja. Okay. War es das oder kommt da noch was? Ich finde das ganz cool, wenn man das irgendwie erkennen könnte an der Tür, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Aber nein, wir haben hier alles. Wunderbar. Es fehlt nur noch eins. Und dann haben wir hier Mudanshi, glaube ich, haben wir dann schon mal geschafft. Ich weiß jetzt aus dem Kopf jetzt auch gar nicht, welches da genau kommt. Oh. Gut, dann rennen wir mal. Oh. Okay, den müssen wir dann, glaube ich, einsperren. Glaub ich. Komm. Geh mal. So. So. War da noch ein Geheimnis? Ich habe leider nicht drauf geguckt. Aber ich glaube nicht. So. Das hier war auch ganz komisch. Hier kann ich mich noch drin erinnern, das mochte ich nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Türen aufmachen. Dann können wir ja eigentlich schon hier hinten... Ne, der kann keine Schalter betätigen. Womit auch. So. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Die Tür zu machen, damit er eingesperrt ist. So. Dann. Wieder zurück. In den Brunnen. Na, erstmal ein Quick Save. So. Tür auf. Rein. So. Dann wieder zurück. So. Gehst du aus dem Bild? Ne, dann muss ich dich erstmal zurückbringen. Du willst jetzt wahrscheinlich den hier im Vordergrund nehmen. Ja, natürlich. So, du. Gehst mal hier hin. Ah, erstmal. So. Wunderschön. Und wieder zurück. So. Jetzt. Zurück again. Den Scrap hier holen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch eine einfache Lösung gibt. Als das, was ich hier mache. Aber das funktioniert so auch irgendwie. Ich hoffe mal, das besteht nur hier raus. Oder, ne, wir hatten auch eben gerade schon was, ne? Ja. So. Eingesperrt. Jetzt können wir schön da das Türchen aufmachen. Das ist, glaube ich, ohne. Ich muss trotzdem nochmal zurück. Ich muss ja die Tür aufmachen. So. Jetzt weiß ich nicht. Wie lange das hält. Weil dann würde ich das nämlich jetzt schon hier anmachen. Ach, das hält ja Ewigkeiten. Gut. War's das? Das war's. Super. Dann können wir jetzt... ...nach oben. Denn hier ist alles offen. Das war ja nur zum Gucken. Ähm. Ich hab' ein bisschen Bedenken. Wegen meinen 14 Leuten, die da noch waren. Und ich werde mal... ...auf Memory Card speichern. Und ich werde mir jetzt, glaube ich, angewöhnen, ...dass ich auf zwei Speicherstände speichern. Ähm. Weil falls ich irgendwas verpassen sollte... ...muss ich das ganze Spiel nicht nochmal neu spielen, sondern kann einfach den letzten Speicherstand nehmen. Ja. Ja. Machen wir das so. Nennen wir das... ...Jule... ...Z wie zwei. So. Gut. Bis zum nächsten Mal.